Ja, in dem Video haben wir sehr viel über, wo dann Standard- und Genomsnitts- und Abführer sind. Es ist ein bisschen für andere Werte, die die Datasetten sind. So haben wir nun Daten, 5 minus Tür und 5 Tür. Und so den Genomsnitten auf den Datasetten an Null. Und wir haben über die Regeln, wir geben auch extra Standard- und Genomsnitts- und Abwech. Und wir haben das ganze Dataset hin, so dass wir sehr viel vor andringen auf diesen Abwech, bis wir etwas mehr mit den Daten in den Set. So wie gesagt, die Vorlesung hat den Standard- und Abwech ganz gesensitiert zu extremen Werten in Datamengen. So kann ich probieren, ob etwas mehr extremen Werten und es hat ein bisschen enklere, wie es zusammenliegt. Es kann ja für andere Daten von Morte schliessen die Genomsnitten auf Daten immer wieder zusammen. So wie es wird, hier kann ich eine Littextremere Werten minus 3 und wir haben einen langen 3. So. Da sehen wir die Genomsnitten zusammen, aber auch Standard- und Genomsnitts- und Abwech auch zusammen zusammen. Also wir sehen ja faktisch ingen Verandring. Bege tu auch ein bisschen anerledes als auf den abrühmlichen Daten. Hier kann man fragen, ob wir mehr Sprechungen in die Daten haben. Men die Abwech sind ja ganz geliegt. Und man kann schon den Problem haben, wo wir sehen, dass es ja ingen Verschellen und die oben da. So. So, das ist ja wie ein Verschell. So, den Standard-Affiken, den ökert ganz gemühe, sammlich mit Genomsnitts-Affiken. So, er fölge die Ökert aus dem Genomsnitt-Affiken. So, der hat ja noch 3,6, obrühmlich war die 2. Men den Standard-Affiken, den ökert mehr. Wie es zusammenliegt mit den öprühmlichen Standard-Affiken. Und die Begründung sind, die sind für die Sensitivität auf den Standard-Affiken. Okay, so kann ich ja das Ding noch in die Haar igen. Und kann ich ja, wir legen es an Extremwärten, so minus 10 und 10 igen, kann ich ja. Und das haben wir ja so den Standard-Affiken, den ökert mehr, sammlich mit Genomsnitt-Affiken. So, das betür auch den Standard-Affiken, der mühe mehr sensitiv den Genomsnitt-Affiken, bisher lägger in extreme Wertien. Okay. So, wir können sie nur, den Versöck, den wieser hat den Standard-Affiken, sind sensitiv zu extreme Wertien. Ju extremere, ju mehr, ju större hat den Standard-Affiken. Men, was wir kann auch so sehen, dass wir diskutiert, die Vorlesung, was sker, bis wir taht Wertier, die liegen ganz nahe till Genomsnitten. So, for example, ich taht H minus 0,1. Ja, ja, beklagert. Minus 0,1, sohn, und 0,1 H. Da sehen wir, dass beide veränderst, aber nur hält die Motschaft zu dem, wir haben gesagt, vor. So, den Standard-Affiken, den veränderst sehr sehr, die Liete. Da haben wir 0,1 oder die Veränderung ist nur 0,1. mens den Genomsnitt abwecken, so den veränderst sehr mehr. So, da haben wir minus fra 5,2 kommen wir till 4,8. Und der hat mit Standard-Affiken eine Held Motschaft, die zum Genomsnitt, die wir haben gesagt, vor Genomsnitt abwecken. So, den Genomsnitt abwecken, so den hat faktisch sensitiv, bis wir für andere werden ja zum Liga ganz nahe genomsnitten, wenn ich so sensitiv werde ja zum Liga langt ünner fra Genomsnitt. Und den Standard-Affiken, hat er helt motsatt, so den hat mycket mehr sensitiv till extreme Wärder, men den täller, den mycket bättre, wenn wir haben Wärder, die ganz nahe till Genomsnitt. Und wir ska sehen in einem anderen Video litt på, was den algebraischen gründen für den verschiedenen Mördern des Affik- Uppförers haben. Ja, so wir ska sehen in einem anderen Video über Algebra und Wurf vor oder wahr begründet sind den Uppförerigen wie HZH. HZH.